Herzlich Willkommen bei Schärli Bossert, neu in der Hacker Rüthi in Wauhausen. Am Wochenende hat sich der Spezialist für Autos und Pneu in einer grossen Besucherzahl in seinem neuen Domizil vorgestellt. Miko, lassen wir uns vom Chef durch die neuen Räumlichkeiten führen. Hier sind wir im Zubehörshop, im inneren Raum des Gebäudes. Wir können eigentlich alles beziehen, was Fahrzeuge verschönern oder verbreitern, von anderen Schlosslampen über Schallknöpfe. Und vor allem, was sicher etwas ist, ist das Trägersystem der Moblo, für Velo- und Sportgeräte allgemein zum Fahrzeug zu befördern. Wir sind hier gerade auf Mosse gelandt. Und unsere neueste Vertretung, die wir haben, ist die ATV von der Yamaha. Und hier sehen wir jetzt gerade den 3,50er, eine Sportmaschine, die unsere ist. Und das andere sind die Ausstellungsmodelle, die uns die Firma Hofstetter zur Verfügung gestellt hat. Hier haben wir die neue Wäge von Deju. Jetzt ist gerade das jüngste Kind, eins von den jüngsten Kinden, Deju Lazzetti, in der Grösse vom Golf. Natürlich wieder bei Deju für 16'000 Franken, für 19'990 Franken. Ist da alles dabei, mit Klimalag serienmässig und alles. Oder auch der Matiz, der kleinste von Deju, lässt sich anschauen. Oder der Nubira. Oder der Evanda, die Limousine, die wir in den Paletten haben. Hier haben wir einen Deju Kalos. Den gibt es im 1400er und 1200er. Natürlich auch hier wieder mit Klimalag. Und von der Grösse her bietet er Platz für 5 Personen. Mit 5 Türen, mit oder ohne Automate. Hier sind wir auf dem Occasionsplatz. Wir haben rund zwischen 40 und 50 Fahrzeuge immer als Occasionen hier aufbereitet. Die Preisbleite ist zwischen 4,5 bis hoch auf 35'000 Franken. Das umfasst die kleinen Limousinen bis zum grossen Kombi. Allrad, nicht Allrad. Und wir sind eigentlich stets bemüht, dass wir immer zwischen 40 und 50 Fahrzeuge auf dem Occasionsplatz haben. Hier sind wir im Wäschcenter der Firma Charlie Buster AG. Das ist die neueste Wäschanlage, die momentan vom März ist mit einem neuen Bürstermaterial. Das Pauline, das absolut kritzfrei ist. Das Schöne an dieser Wäschanlage ist, sie muss zuerst zwangshalber mit 80% Hochdruckdäuse hinten und vorne. Damit der grobe Schmutz eigentlich schon weg ist vom Auto. Und erst die Bürsten anfangen zu waschen. Und somit haben wir sicher eine kratzfreie Wäsche garantiert. Hier sind wir von den Wäschboxen der Firma Charlie Buster AG. Man kann das Fahrzeug selber waschen. Mit Bürsten oder mit der Lanze mit Hochdruck. Und das mit Schetten, die man im Gebäude beziehen kann. Hier haben wir die Staubsauger. Der Kunde kann nach dem Waschen selber Staubsaugen. Somit ist ein sauberes Fahrzeug garantiert. Hier haben wir eine neue Nubira von der Dayu. Der neueste Kombi. Ist seit dem 1. September auf dem März. Er bietet sehr viel Platz. Natürlich wieder mit der üblichen Komfort-Klima-Lag. Serienmässig. Mit Automat, ohne Automat. Ein 1800er Motor. Und das Ganze für 24'990 Franken. Drei Jahre Werksgarantie oder 100'000 Kilometer. Was will man da noch mehr? Hier sind wir in der Werkstatt. Wir haben Platz für 5 Fahrzeuge zu laufen. Mit Pneulift. Und mit dem Höhenlift. Hinter dem Uhren haben wir noch einen Wäschraum für Rundenbodenwäsche. Und die Motor-Chassis-Reinigung. Und da können wir einen komfortablen Service bieten unseren Kunden. Hier sind wir im Tageslager. Das sind die Ersatzteile, die man im täglichen Beruf braucht. Vom Scheibenwäscher, Bremsbeleg, Bremsscheiben, Ölfilter, Batterien. Was wir schnell zur Hand haben nach der Werkstatt. Wir befinden uns hier im Kundenrädchenlager. Der Kunde kann dort komfortabel seine Rad oder Reifen einlagern. über das Sommerhalbjahr, das Winterhalbjahr. Und dann kann er uns ein Telefon anmelden. Dann werden die Reifen wieder ausgewochen, montiert, gepumpt. Und dann kann er nur noch schnell hinschrauben. So hat eine kurze Wartenzeit. Und muss die schweren Reifen nicht zu Hause, in Keller oder in Estreich tragen. Hinter uns sehen wir das neue Reifenlager. Zur Zeit sind ca. 1500 Winterreifen eingelagert. Von der Marken Michelin, Kleber, BF Goudrich und Maloia. Und die warten jetzt darauf auf einen schneereichen Winter. Wir sehen, beim Schärli Bosse 2 Hause, da findest du einfach alles. Ganz nach dem Motto, bei uns wird es niemandem langweilig, hat man Besucher am Eröffnungstag mit einem bunten Unterhaltungsprogramm begeistert. Die Kinder haben sich in einer grossen Hüpfburg ausgehobt. Für den Hunger gab es Salsapasta. Und speziell für die Erwachsenen, Kurs Süd mit dem neuen Programm, einstudiert mit Manny Hildebrand vom Schweizer Fernsehen. Lassen Sie und schauen Sie zu. Sport ist die Morde. Ich habe mir diesen Slogan dann mal so im Kopf hin- und herrollen und habe mich dann gleich mal gefragt, ob der Mord auch Sport ist. Also wenn ich den FC Luzern anschauen. Nein, also der liebe FC Luzern. Sie machen ja in diesem Fall Wochenende für Wochenende einen regelrechten Selbstmord versuchen. Oh, jetzt kommt mir gleich eine Schicht in sich. Ich habe mir noch mal überlegt. Ist schon gut. Und was soll das da überhaupt? Das kannst du rauchen, das fahr du huren ein. Schärli Basset-Wallhausen. Kompetent, flexibel, fair. Das modernste Autokompetenzzentrum der Region freut sich auf ihren Besuch. Wer sein Geschäft auch möchte auf die HelenUp vorstellen, ruft uns an. Der schnellste hat die besten Chancen.